Musik 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 Nein, nein, kein Expo Auuuua Z4 Musik Mute ist verletzt Ich wollte ihn Knifen und hab halt F gedrückt Musik Der ist auf der Treppe Geht 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 Mach ich ja Geht Der hat mich geopfert nur für euch Clemens Da kam sie Sie spät zu mir Jetzt aber links Michi Zieh hin, zieh hin Michi Und jetzt rechts Michi Zeit hoch, das war mein Loch Oh Der Hunter hat Probleme Oh, ich auch Du hast ihn umgebracht Geht weg da, Michi Oh mein Gott Schiech, schiech, schiech Ich hab alles in der Gefahr gehabt Zu jeder Zeit Keine Panik Ich hatte Panik, aber alles gut Ja, ihr beide Ihr habt einfach 2 gegen Ihr habt einfach 2 gegen 5 gewonnen Ich liebe euch Ich sehe ihn Er lebt noch Super Das war große Teamarbeit Ja Der hat mich nur vielleicht ein bisschen früher reinlassen Ja, ich muss den flashen Das hat irgendeiner Laser Ne, das ist eine Laserfalle von Kapkan Nein, nein, da hat er auch einen Laser Waffe Ich sehe den da Der ist an der Ecke Oder ist das einer von euch Ja, ja, ich wusste es doch Hab ihn, hab ihn, hab ihn Das war Kapkan Ja Nichts Letzter rechts Der wird das von links drauf kommen Super War das ein Ace oder ein Ace? Ehhhh Ich meine das wäre ein Ace gewesen Ja, war ein Ace Ja, weil du mit diesem Kill geklaut hast, haben wir den einen. War 11. Ja, das sieht aber gut. Nein, ich glaube, die Pistole wechseln soll nicht. Ich brauche nur noch zwei Kids, wenn ich das mache. Oh, 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 oh. Ist ja egal, hoffst du den Weg. Oh. Gewinnen. Stecken. Ja, ich deck, ich deck, ich deck. Steck die Treppe. Ich habe ihn, er hat mich erwischt, aber lebst du noch? Nein. Nein. Was macht sie? Knapp, Karl. Schön. Einer von unten, nicht vergessen. Nein, scheiße, das war scheiße. Ich weiß, das war schlecht. Jetzt habe ich den anderen gut erwischt. Einer ist da. Da noch. 50 Sekunden. Verletzt. Boah, scheiße. Geworten der jetzt? Und? Er hat geheilt. Fuck. Ja, gut gelaufen. 30 Sekunden. Ich weiß. Klatscherkick. Ach, Alex. Wo war einer? Unten, glaube ich. Hat hier geheilt. Lecker, hast du drei geholt. Gut gemacht, gut gemacht. Wie, ich weiß nicht. Kommt. Ja, lass ihn laubern, lass ihn laubern. Nicht aufregen. Ganz ruhig, ganz ruhig, der steht 0 und 1, komm. Wer jetzt was schreibt, den kick ich. Wollen wir den Rekruten-Rush machen? Okay. Schilder? Lassen wir nur Schilder nehmen. Nein, nicht Schilder, Rekruten-Rush, verstehst du? Rekruten-Rush. Welchen, den GSG? GSG 9 mit der Schrotflinte. Wieso, muss es die Schrotflinte sein? Ja. Ja. Mann, darf ich nicht auch die Kommando nehmen? GSG 9, welche Schrotflinte? Oder das MG? Die, diese eine Schrotflinte halt. Das ist einfach. Äh, Sprengleitung noch Smoke. Ach, mach, mach so, Mischung. Sprengen, Smoke mit Smoke. Sprengen, 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 Sprengen. Sprengen, Sprengen, Sprengen. Wir betäubig. Ich würde sagen, wir mischen durch. Ja, betäubig und smoke. Ah, kurz, jetzt haben wir das gleiche. Ja, wir sind halt alle Brüder, ne? Der, Digger, wir mischen durch, ne? Yo, Was ist denn, der Cut hat noch so zwei unterschiedliche Sachen? Bumm, alle Spitter gerade, okay. Oh Mann. Chris, ich hoffe, du nimmst auf. Ich nehm nachträglich auf, wenn das erfolgreich ist. Oder wenn es dermaßen in die Hose geht, dass es lustig ist. Im großen Gebäude. Und das wichtig ist, wir dürfen nicht anhalten, wir müssen durchlaufen. Ja, yo, wahrscheinlich. Ist das ein Rush halt, wir müssen halt wirklich da hinrushen. Ja, oder jeder von einem Fenster. Nee, aber auf drei. Alles zusammen durch die gleiche Tür. Nein, das ist so obvious. Das ist der Team Killership vorprogrammiert. Lass mal jeder durch ein Fenster und dann auf einmal. Doch, lass mal machen. Nein, nein, wir gehen jetzt alle auf die Baustelle. Und dann gehen wir durch die Vordertür. Nein, komm, lass mal echt alle von... Nee, komm, lass mal machen, wie Chris das will. Nein, da ist... Du könnt's aber mal versuchen. Das wird mir schon auch klappen, das ist das Problem. Jetzt sind die Leute, die sind vier. Wo sind die denn? Auf der Ebene. Ja, Leute, kommt mit mir. Los, Attacke. Und dann links rein. Hey, Digga, wo ist denn die Kamera? Wo ist das überhaupt? Geht's hoch. Da hinter mir ist einer. Hoch, 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 oh Mensch. Geht. Digga, einer von hinten. Ja, Digga. Passt, ne? Einer von hinten ist low. Granade. Einer von hinten, ne? Einer von hinten, ne? Der ist low. Der hat den geil hinter. Der hat wirklich einfach geil. Nein. Letzter von hinten. Letzter von hinten. Der hat mich geheilt, der Team. Ja! Oh nein, ey. Willst du mich verarschen, dass wir das gewinnen? Willst du mich verarschen? Ich hab dich geheilt. Oh, meine. Nein. Also nein. Nein. Jetzt hast du's auch genommen. Warte, ich nehm's jetzt auf. Warte. Ich geh in den Raum. Wir müssen aber oben decken. Äh, oben. Einmal hier. Uppsala. Digga, hier ist er. Ja, genau. Schieß am besten. Sagst du nicht gerade ihm, du kannst nicht sterben? Digga, irgendjemand hat Friendly Fire gemacht gefühlt. Nee, der hat dich abgeschossen natürlich. Der ist in mich reingeglitcht. Das ist nicht wahr. Doch. Ich bin links von euch, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt. Wow. Hallo rechts. Leute, ihr seid mit Schilden. Ihr müsst vorgehen. Ähm, irgendeiner. Ja. Send sie los. Attacke. Ich hab ihn, Junge. Send sich. Ich geh mit dir. Gut. Ich seh ihn rein. In der Ecke. Gut. Da drüben einer. Frisch die Granade. Ich wurde geblitzt. Ach, da war der. T4. Nein, ich konnte nicht mehr weg. In der Fels. Links und rechts. Genau dafür links. Alles richtig. Das war ein guter Messie. Ich hab mal der Vergangen von dem. Ich hab mal der Vergangen von dem. Ja. Ja. Sieben nur so drei Schilder. Und mich. Ich hab bitte links. Ich bin gleich auch ein Schild. Ja. 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 Oh. Erster. Zweiter. Zweiter. Wo ist die drei? Wo ist die drei, Clemens? Da. Drei. Der ist von links am Boot. Clemens, das war der falsch. Ja, ich wollte halt einfach von Felix Mutter gehen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Ja, genau. Der Confusion. Mach. Mach jetzt. Jetzt. Achtung! Da ist er kommen! Ich wusste nicht, dass da der kommt. Oh nein. Alex zockt da unten. Er hat einfach wie so ne Beläptiker hoch. Guckt euch diesen Kind an. Guck ihn dir mal an. Und dann bauen. Und beide. Der war nicht lecker. Beide bouncen nach. So. Bum. Bum. In ja Maul.